Mit der Anbindung ans Internet steigt für Unternehmen die Gefahr von Cyber- und Hackerangriffen. Der Diebstahl sensibler Daten bis hin zur Larmlegung der Produktion bedroht die Existenz ganzer Industriezweige. Ohne eine ausgefeilte IT-Sicherheit ist Industrie 4.0 langfristig nicht umsetzbar. Zuverlässige IT-Sicherheit ist also grundlegend für die Compliance im Unternehmen. Ein professionelles Schwachstellenmanagement analysiert hierbei regelmäßig alle möglichen Sicherheitslücken, um sie direkt zu schließen. Ein Kernbereich des Schwachstellenmanagements ist das Thema Authentifizierung. Innerhalb des Systems wird jedem Nutzer hierfür eine eindeutige digitale Identität zugewiesen, um sicherzustellen, dass auch nur berechtigte Mitarbeiter Zugriff auf alle Informationen haben. Multifaktor-Authentifizierungen über Fingerabdruckscanner oder Sicherheitsfragen erhöhen zusätzlich die Sicherheit bei Notebooks und anderen mobilen Geräten. Darüber hinaus werden die Daten jeder Festplatte mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen. Die Absicherung von Rechenzentren und Cloud-Diensten steht für Unternehmen immer mehr im Mittelpunkt. Eine zuverlässige IT sichert nicht nur die Produktion des Unternehmens, sondern auch ihrer Reputation.